Aber ich hab gehört, es gibt was besseres. Hattet ihr drauf und euch reingehen, wenn ihr wollt. Sind wir alle schon? Wir sind eine Vollfamilie. Okay. Kannst du dir gehen auch nicht hoch? Sind wir alle jetzt, oder? Ja. Hey, Thomas. Willst du nicht mit? Okay. Ich bin da. Wir dürfen noch nicht los sagen. Wer steuert? Woher wissen Sie, dass ich da jetzt nicht rumdrücke? Ich hab eigentlich noch gesagt, dass... Bitte nur nicht zufahren. Aber vielleicht ist es unser. Oh. Und wer? Ich bin noch nicht angeschnallt. Ich hab viel Schnitzel gesagt. Sie erzählt was. Wie schnell wir fallen. Ja, hallo. Ja, klar. Oh, hier sieht man was. Ja. Und wie schnell fahren wir? Wo ist jetzt? Ich fahre jetzt 8 Meter. Echt? Der Fernsektor ist nur 4. Der Fernsektor ist auch ein bisschen älter vom... Wo sind die angeblichen Testaufzüge hinter uns, oder wo? Das sind quasi schräg hinter uns. Aber dadurch, dass die Testaufzüge sind... Oh Gott, aber hoch sind wir schon. Dahinter verschlossener Tür. Nicht, dass du einen nachbautstuhl. Oh Gott, aber hoch sind wir schon. Ist schon mal was passiert? So. Weißt du? Wenn was jetzt Test ist... Wenn was Test ist, gibt's auch mal Fehler, wie ich früher. Ach so. Ja, dass so stecken bleibt, oder so. Weiß ich nicht, aber wir sind ja hier kein Testaufzüge. Echt? Ah, ja. Also hoch ist's auf jeden Fall. Okay? Ach, das ist sogar mit so einer Wand dann, ha? Oh, nicht nah, Lena. Jetzt lasst doch die Schalter. Da komm mal, du drückst die Not aus. Ja, nein. Hier, Not raus. Tür auf. Ja, dann fliegst du raus. Komm, drück mal. Jetzt hab ich ja vor Ort raus. Jetzt hab ich jetzt ein Empire State Building gemacht. Da bin ich rückwärts gelaufen und alles zu fotografieren. Ja. Und plötzlich quatscht es hinter mir. Ja, do you have any problem? Wenn ich... Hä? Das wird ein Schloss. Ja. Wenn ich auf der Not drauf drauf komme, dann hab ich ja voll quatscht. Oh Gott. Du bist ja alles simpel. Als er weiß. Ja, wir gleich voll. Ich lauf euch mal rum. Ich lauf euch mal rum. Ich mach euch mal rund rum. Ich guck mal, wir fahren da wieder rauskommen. Ich guck mal, wir fahren da wieder rauskommen. Das ist ja in Rußball. Nein. Sie müssen da rauskommen. Und woher kommt. Du, die muss fallen. Hier, da muss fallen. Ich guck mal. Ja, du bist da das ein Wünsche. Der ist jetzt wieder, ich gehe dann. Ja, von wegen Südwestsee ist, hinten ein bisschen raus. Die liegen da, oder? Oder man ist jetzt gerade einfach weiter. Da kannst du durchschauen bis Madrid. Jetzt rennen sie. Da kannst du durch die Erdkrümmung durchschauen.